Ja, dann geht's hier weiter. Ihr wisst ja, ich bin eben so ein Loop reingereigt. Das muss ich gar kein normal machen. Aber jetzt weiß ich das, ja. Jetzt weiß ich das, ja. Weil das so kackig ist hier. Guck mal. Erstmal. Guck mal, kann man gar nicht sehen, hier hinten. So einfach jeder. Ja. Aber so schlimm ist das gar nicht. Ja schlimm, es kann nervig werden. Weil das Gewicht da oben, wenn ich nicht schlecht genug finde, bin ich nicht zett. Ich glaube, das kann ziemlich nervig werden. Ich glaube, das kann ziemlich nervig werden. Muss ich aber hier rum gehen, um den Loop zu aktivieren wahrscheinlich. Machen wir jetzt auch mal. Schlemmodus. Ich glaube, das ist nicht wichtig. Ich mach das, ich hab da drauf gemacht. Ich glaube, weiss. Ich bin nicht so nach unten auf dem Busch. Ich habe einen schnellenweg. Ich habe hier einen kleinen Film vom 0-0-0-0-0. Ich habe einen Daumen厚. Oh mein, ich bin wiedergefallen. Das ist ärgerlich. Ja, das ist wirklich ärgerlich. Das ist das, was ich normal machen kann. Ja, also. So, wenn ich den jetzt zerstöre. Schwein gehabt. Ja, sag ich doch. Ne, Weg. Tore spitze. Ähm. Da ein. Da ein. Wieso immer am Weg zu schauen? Oh, hier ist die auch. Oh, hallo. Todeschleife. Ja. Es ist, sie müssen. Es ist, sie müssen. Was muss ich? Was? Ah! ich dachte er kriegt sich in meiner wand aber das ist auch hier irgendwie ja ja du heilige scheiße was verstehe ich nicht ja ja ich weiß nicht ja 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 okay ich habe vergessen anlauf zu nehmen man fiel am das ist ja müß ja das ist ja müß das ist ja müß na errägt und also ok, ok 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 jetzt aber hier nein nein wieso bin ich doch mal das ist doch scheiße man ja das ist scheiße ist das schweig aufmachen wenn er fällt ja mach ich auf speedy kunkie speedy von zahle ja ist kacke ist das was auch immer wir können nicht mehr zurück was auch immer ja ich weiß gar nicht wohin das ist mein problem doch da was ich hin alter ach ich muss brett fertig zusammen nein nicht da ich habe angst weil ich habe keine ahnung was er speichert man tut ja auch nicht E oder so und dann hängt man am Seil nein ja das ist das ist doch so kacke jetzt hier mal jetzt Also das ist so... Ein Tor! Vorwärts in die Vergangenheit. Oh Leute, haben... Ja, ich brauch unser Titel. Ey, was willst du von mir? Hold on! Wir... Okay. Congratulations! This is the end of level 1. Both are two more levels. With my 8080s roadmap and the largest news got in my store. Coming in the future. Ja, ich konnte kein Level. Das war nur Level 1. Okay. Ja, vielen Dank, dass ich zugeschaut habe. Ja, da fällt mir ein, wenn es zu Level 2 kommt. Mal gucken, mal schauen. Vielen, vielen lieben Dank. Bis dann, euer Konki. Abonnieren, liken und das kommentieren und nicht vergessen.